Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video mit eurer lieben Xialin und dem lieben Xialin und dem lieben Xialin. Heute mal ein bisschen anders, verkehrte Welt, denn Hauptthema ist heute Xialin. Was? Ja, denn Xialin wird heute ein bisschen was arbeiten und zwar habe ich da was vorbereitet. Ich mag arbeiten, aber nicht. Nicht? Nein, arbeiten ist anstrengend. Wird bestimmt Spaß machen, ich bin gespannt, wie du dich ansteckst. Ich habe das Gefühl, es wird lustig, ich sehe da nämlich schon was liegen, ich glaube, ich weiß, was wir machen. Das haben wir schon lange vorhaben, oder? Ja, schon sehr lange, ich zeige euch das mal. Das findest du schon mal gut. Das ist da billig. Ja, den können wir vielleicht, ja, ja gut, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber den hier werden wir brauchen. Ich will den da! Das ist wirklich mega krass, wie das riecht, also voll aus der Industrie. Das ist auch schmierig. Ja, genau. Genau, richtig fette Bohrer, um damit durch die Warmste zu bohren. Ja, haben wir letztens im Supermarkt gesehen, im Discounter. Und das ist die Bohrmaschine. Wenn man sich das mal anschaut, den Vergleich, ich weiß hier nicht. Und zwar geht aktuell das Kabel da hinten durch, ihr wisst ja gar nicht was für ein Kabel, Fernsehkabel. Und das geht hier durch, durch diese ganz komische Tür hier, das ist sowieso schon nicht so schön. Und dann geht das hier hinten rum, und dann hier rum, dann geht das da oben lang, da wieder runter, dann dahinter und zum Fernseher. Und das soll natürlich dieses Mal ein bisschen anders laufen, und zwar hier durch die Wand kommt es raus, soll dann dahinter laufen und zum Fernseher. Weshalb wir dann ähnlich diese Türen hier auch vernünftig schließen können. So, genau. Oh, mein schönes Bild. Zwei Jahre, äh, ja, zwei Jahre, oder? Zwei Jahre bei GetShirts. Hihi. Es sind jetzt bald sogar drei. Kleine Störung. Ja. Der stört mich. Das sieht so bescheuert aus, weil er hat irgendwie das Gefühl, man will irgendwo bei der Bank einbrechen oder so. Ja, das wäre auch mal was. Da kommst du wahrscheinlich durch. Was ist das über einen Meter oder sowas, oder war das, glaube ich? Das ist doch kein Meter. Halber Meter. Ja, halber Meter. Steht das nicht hier drauf? Warte. Ah ja. 45 Zentimeter. Film war das. Motz. Oschi. Motzteil. So. Silvia macht sich ans Werk. Oha. Haha, richtig geil. So. So. Ja. So, dann hier. So, wo es passt. Wichtig. Gerade, genau. Ich versuch's. Okay, so. Ich habe angesetzt, bin ich gerade ungefähr. Ich versuch's mal langsam anfangen, oder? Ja, langsam anfangen. Ich reiß's. Ah, sieht ja schon mal gut aus. Oh nein. Ist das nicht ein bisschen groß? Ich habe da nicht so viel Kraft. Ich spring da dann voll hin und her. Wollten rutsch ich hier weg? Ja, genau. Halt mich mal fest. So, ich glaube, das solltest du mal nicht rutsch hier voll weg. Warte mal, ich muss mal gucken, dass du drüben mit dem Regal bohrst. Okay, da ist eigentlich viel Platz. Ich weiß aber nicht, wo er rauskommen wird. Komm noch mal. Okay, er ist durch. Ich schau mal. Hallo. Oh, ich sehe den Schrank. Schon ein bisschen groß geworden. Ja, hier, das wäre der eigentliche Bereich, aber irgendwie ist das hier runter groß. Wo siehst du den Schrank? Ich will auch. Machen wir mal Nachtsichtgerät an. Habt ihr schon mal durch eine Wand geguckt? Wo siehst du den Schrank? Da? Da hinten. Das schwarze im Prinzip. Okay. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, gehe mal auf die andere Seite. Ah ja, jetzt sieht man was. Ja, hallo. Oh, guck, guck. Oh, ein Stück Wand. Ein bisschen Wand. Ein bisschen ausgeartet hier. Ja, der Durchbruch ist immer schlimm. Ist wie mit dem Blinder. Da ist das Kabel. Das war jetzt eine Aktion. Ich musste die hinter der Leiste im Wohnzimmer rausholen, weil die so da versteckt war und verstaut. Auf jeden Fall packen wir jetzt dieses wunderschöne Kabel durch das Loch. Ich gehe mal auf die andere Seite. Da ist das Kabel. Oh, ich habe zu tief reingeguckt. Oh, da ist es schon. Dankeschön. Leo, wie findest du das? Dass das Kabel jetzt nicht mehr durch die Tür muss? Auch ihm ist es egal. Kein Kabel. Kein Kabel über den schönen Bett. Kein Kabel hier durch die Tür. Man kann endlich wieder gescheit zumachen, ohne dass man das Kabel einchenkt. Kein Kabel am Boden. Es fängt erst da hinten an. Aber schön hinter der Leiste. Das sieht man hier noch gar nichts. Kommt irgendwo von da hinten. Hier sieht man es ein bisschen. Hier, da liegt es. Und dann geht es da wieder in die Leiste. Und dann ist es sowieso hier hinter der Couch, hinter dem Schrank. Da liegen sowieso 100 Kabel. Das hast du toll gemacht. Hast du gut gemacht. Du hast mitgemacht. Ach ja? Ja. Kein Kabel mehr. Gott sei Dank. Huh, Gott sei Dank. Boah. Guck mal, jetzt kann man die Tür richtig schließen. Ja, habe ich schon gesagt. Boah, ohne Knarschen und ohne dieser Stand. Kabel einchen nehmen und Angst haben, dass man es kaputt macht. Plötzlich hat man kein Fernsehen mehr. So viel Fernseher, die wir gucken. Das ist auch voll wichtig. Manchmal schon. Fertig. Ja, haben wir gut gemacht. Fertig. Ja. So, ja. Liebe Leute, vielen Dank, bist du schon. Ich habe es euch gefallen. Ein ganz kleines Video nur. Mini-Vlog. Mini-Vlog. Aber... Gefallen euch solche Mini-Vlogs oder ist das völlig uninteressant? Gute Idee. Gute Idee. Das geht euch gar nicht. Ja, schreibt uns das mal. Würden wir uns freuen. Hrstack Mini-Vlog. Hrstack Mini-Vlog. Mv. Tschüss. Tschüss.